Die eigenen Werte, Dinge wie Integrität, wofür stehst du eigentlich? Die meisten Kunden wissen ja gar nicht, woran können sie den besten Makler erkennen. Die Leute denken ja, dass es der schnellste, beste und einfachste Weg mit dem geringeren Widerstand wäre, jetzt das zu machen, was ihre Komfortzone ihnen sagt, sozusagen. Aber wenn man sich die Wahrheit anschaut... Herzlich willkommen zu unserer nächsten Evolution-Podcast-Folge mit einem sehr, sehr spannenden Thema heute aus gegebenem Anlass. Wir kriegen ja immer in unseren Live-Calls so ganz schöne, entspannte, coole Sachen rein. Und da fragte mich heute jemand, Thema Personal Branding, wie baue ich denn das auf? Wie fange ich überhaupt an als Starter? Und da war eine Sache, die mir in Bezug auf andere Makler immer wieder auffällt. Und zwar ist das Thema Werte. Die eigenen Werte, auch Dinge wie Integrität, wofür stehst du eigentlich? Und da waren wir natürlich auch ganz schnell bei dem Image da draußen in der Öffentlichkeit der Immobilienmakler. Und was wir ja alle wissen, das ist ja nicht das Beste. Das hat ja auch einen Grund, warum das so ist. Was denkst du denn, warum ist das Image der Immobilienmakler draußen, also Tür aufschließen, dicke Provisionen verdienen, warum ist das so? Ganz einfach erklärt, aus meiner Perspektive, ja. Das Image, für das Image ist ja, oder zumindest mal der Kommunikator, der das weitertransportiert, der das nach außen kommuniziert, ist ja der Käufer, nicht der Verkäufer. Korrekt. In der Regel, ja. Natürlich ist ursächlich der Makler schuld, ist ja klar, aber der Kommunikator des Ganzen, der Weiterträger, ist der Käufer. So. Und jetzt ist man ja auch eigentlich schon relativ schnell auf dem Trichter. Und das kommt halt auch rüber bei der Dienstleistung der meisten Immobilienmakler, dass die halt für den Verkäufer arbeiten und nicht für den Käufer. So wirkt es ja auf die Personen. Und das ist natürlich auch ein Grund dafür, warum Käufer dann dieses Tür aufschließen und viel Geld verdienen sozusagen in die Welt setzen, weil sie halt keine Dienstleistung spüren aus Käuferperspektive. Oder nicht mal Käufer ist ja schon das Finalisierte, also er hat gekauft, sondern vor allem auch Kaufinteressenten, die nicht kaufen, also die den Zuschlag nicht bekommen oder die gar kein Angebot abgeben und so weiter. Aber die sind ja trotzdem ein Berührungspunkt zu dir, zu deiner Dienstleistung. Absolut. Okay, lass uns das mal tatsächlich so ein bisschen auseinanderklamüsern. Du hast ja gesagt, einmal die Leistung für den Verkäufer und dann andererseits die Wahrnehmung der Interessenten, die was kaufen wollen, die was suchen. Und jetzt stellen wir uns mal an den Anfangpunkt eines Maklers, der starten will. Da kann sich ja auch jeder irgendwo reinversetzen, weil jeder hat ja irgendwann mal angefangen. Ob jetzt vor zehn, vor zwei, vor einem Jahr oder vor 20 Jahren, spielt ja eigentlich keine Rolle. Es gibt ja so eine grundlegende Motivation, also der Beweggrund, warum man etwas gestartet ist. Und jetzt ist ja der eine Makler ein bisschen bekannter als der andere und ein bisschen erfolgreicher als der andere. Und da sind wir ja bei einem Thema, nicht nur als was wird die Maklerschaft an sich wahrgenommen, sondern wie wird der Einzelne wahrgenommen. Ja, also ich will da mal direkt drauf eingehen und auch gerne ein bisschen ausholen, weil das ist ein allgemeines Thema. Das ist ja nur ein Weg, wie sich es jetzt speziell in der Maklerbranche zeigt. Aber im Kern der Sache geht es ja um Grundeigenschaften, die die meisten Menschen auf der Welt teilen. Und zwar in dem Moment, wo es gerade passiert, für sich den einfachsten Weg zu gehen. Punkt Nummer eins. Der Weg mit dem geringsten Widerstand. So nach dem Motto, irgendeiner wird es eh kaufen. Ja, also warum soll ich jetzt, warum soll ich jetzt die krasseste Dienstleistung für jeden Einzelnen abliefern, wenn es eh einer kauft? Und so, ich brauche ja nur einen Käufer. Und das ist ja eine Problemstellung, die sich ja allgemein durch viele Sachen zieht. Der Mensch hat keine Lust, sich Dinge zu konfrontieren, sich mit Sachen in der Tiefe auseinanderzusetzen, mehr zu liefern, als erwartet wird, um in Zukunft einen Return dadurch generieren zu können. Du grinst. Ich habe mir gerade so eine Frage durch den Kopf. Und ich sage mir jetzt, wenn ich jetzt mal so dieses Verkäuferding mal umdrehe und die Verkäufer, die erzählen ja so, ja, ich will so einen bestimmten Preis haben. Aber stell dir mal vor, du würdest jetzt bei mir als Makler sitzen und ich würde sagen, Herr Busbach, ich traue Ihnen das nicht zu. Sie können das nicht. Was würde da von dir passieren? Ich würde mir erst mal die Frage stellen, wie kommt die Person darauf? Genau. Aber was würde in dir drin passieren? Wenn ich jetzt dir sagen würde, als Leon Busbach, würde ich dir sagen, ich traue Ihnen das nicht zu. Sie können das nicht. Ich verstehe jetzt nur nicht, wie du auf diese Frage jetzt gekommen bist. Ich weiß es auch nicht. Das Ding ist einfach, worauf ich im Prinzip hinaus will, ist einfach die Tatsache, und das ist etwas, was ich wirklich bei den meisten Maklern suche. Ich suche das wirklich. Dieses Competitive sein. Okay, dieses, und ich weiß ganz genau, wenn ich dir das sagen würde, dann wüsste ich schon genau, dann würden dir schon die Hörner wachsen. Würde dich auseinandernehmen. Du würdest mich schon als, also du wärst halt kompetitiv, ja. Ja, ja, klar. Wie kommen sie denn darauf, ja. Aber das Ding, warte, lass mich kurz erzählen. Das Ding ist einfach, und das soll wirklich mal jeder da draußen für sich mal überprüfen. Das Ding ist, ich sage das, wie es ist, Motivation besteht eigentlich aus vier Punkten, die Grundlagen. Erstens Kohle, zweitens persönlicher Vorteil, also Kohle brauchen wir nicht weiter erklären, also Geld motiviert zu sein. Das zweite ist persönlicher Vorteil, wie Anerkennung, ja, ich möchte shiny sein, möchte ein schickes Auto fahren, tolle Klamotten haben, interessant sein, bla, bla, bla. Was natürlich auch wieder viel auf Geld zurückzuführen ist. Und drittens ist das Thema persönliche Überzeugung, ich handle aus Überzeugung. Und das letzte, last but not least, ist halt eben so Pflicht, Pflichtbewusstsein. Und eine Sache ist ganz klar, die ersten beiden, die ersten beiden genannten, sind die niedersten Bedürfnisse. Und die werden auch in der Regel selten ganz oben ankommen. Also bei, sagen wir mal, höheren Werten. Nicht die niedersten Motivationsgründe. Ja, ja, genau. Ja, genau. Und die werden nie wirklich da oben ankommen. Aber wer oben Pflicht, bei Pflicht und persönlicher, also Überzeugung ist, der wird definitiv Geld in Hülle und Fülle haben, wenn er es denn will. Und auch natürlich die Anerkennung bekommen, weil die Leute werden die Person feiern. Das nur so als kleines Intro. Pass auf, jetzt by the way. Und zwar folgende Sache. Das Ding ist, ich habe mir die Frage gestellt und auch heute im Call mit Kunden darüber gesprochen. Was ist eigentlich die oberste Maxime, also das oberste Ding, der oberste Grundsatz, den ein Makler haben muss? Und zwar, ich sage es direkt. Ich habe da jetzt ein paar in den Kopf, die ich wichtig finde, aber... Ja, aber es gibt einen obersten Satz. Und das ist, wenn ich das Objekt nehme, dann verkaufe ich es auch. Ja, 100%. Also, und damit sind wir beim Thema Wort halten. Ja. Okay, das Thema Wort halten. Weil ich habe so einen Starter heute, der fragte mich halt, wie soll er anfangen? Also, was sind jetzt die ersten Schritte? Und da habe ich ihm gesagt, pass auf, das Allerwichtigste ist, wenn du startest, dass du dir darüber im Klaren bist, dass du Wort halten musst. Das ist dein oberster Wert als Makler. Das ist deine Pflicht. Das ist deine Pflicht, dass du Wort hältst. Gut, aber diese Pflicht, also nur als kleiner Beisatz, die wird ja schon bei 80% der Makler nicht standardisiert erfüllt. Absolut. Ja, total. Weil, weißt du, wenn ich dann mit Leuten spreche, ja, das mit diesem nicht genehmigten Dachgeschoss, habe ich gar nicht dran gedacht. Habe ich halt total übersehen. Ja, also nur so eine Sache, ja. Oder ich habe gar keine Anfragen. Ich weiß gar nicht, warum. Zum Beispiel jetzt, ne. Okay, natürlich kann immer irgendwo mal was laufen. Aber das Ding ist, ich merke einfach an den einfachsten Sachen des Lernens, du hast es gerade sehr schön auf den Punkt gebracht, dieses einfache Weg gehen. Und es ist doch auch im Marketing so, machen wir uns doch mal nichts vor. Wer will denn schon hören, dass das, was du tun musst, um erfolgreich zu sein, Hürden hat? Nicht, dass du einen Umweg gehen musst, dass du eine Extrameile gehen musst, dass du hart arbeiten musst. Du willst doch eigentlich kein Schwein hören, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ja, aber was, weißt du, weißt du das, weißt du was, also du hast zu 100% recht, aber das Problem bei der Sache ist. Das ist ja das Problem, ich habe immer recht. Nein, meistens jedenfalls. Das Problem bei der Sache ist, die Leute denken ja, dass es der schnellste, beste und einfachste Weg mit dem geringeren Widerstand wäre, jetzt das zu machen, was ihre Komfortzone ihnen sagt, sozusagen. Aber wenn man sich die Wahrheit anschaut, vergehen dann Jahre und man ist eigentlich nicht weiter. Absolut. Okay, so, also es vergehen Jahre und man steht fast an dem gleichen Punkt, wo man vorher war. Wenn man jetzt aber mal für eine bestimmte Zeit wirklich sich darauf fokussiert hätte und auch mal in den Schmerz reingegangen wäre, dann merkt man halt, dass man insgesamt aber trotzdem viel schneller gewesen wäre. Also ist der schnellste und einfachste Weg eigentlich der, in den Schmerz reinzugehen. Das ist ja das Lustige bei der ganzen Sache. Absolut. Und ich habe dazu, ich habe dazu, ich habe das sogar gescreenshottet. Ich will das einmal ganz kurz raussuchen. Naja, das Ding ist halt einfach folgendes. Also wir halten mal fest, du brauchst einfach, um erfolgreich zu sein, bestimmte Werte und ich sage es auch, eigene Regeln, die du aufstellst, auf der Basis, du arbeitest und auf der Basis, du erfolgreich bist. Weil drehen wir uns das jetzt mal um. Wenn Leute dich von außen betrachten, wofür stehst du denn als Makler? Stehst du für Qualität? Stehst du für Offenheit, Klarheit, Wahrheit? Oder bist du einfach der Paradiesvogel oder der mit dem dicken Auto oder das ist ja unser Makler? Was auch immer. Ja, so irgendwie eigentlich tut er uns leid. Also wofür stehst du? Und das Ding ist, wenn du am Anfang startest, als wirklicher Quereinsteiger, aber auch als junger Makler, aber auch als erfahrener Makler, ist der Punkt einfach der, du baust, ob das Tippgeber sind, ob das Netzwerk bzw. Multiplikatoren sind, ob das deine gesamten Marketingaktivitäten sind. Und wenn du ein Clown bist, werden die Leute dich immer für einen Clown halten. Punkt. Genau das ist so. Ja, und wenn du jemand bist, der ernst genommen wird, dann werden dich natürlich eine ganze Latte an Leuten auch bekämpfen. Das ist gar keine Frage. Und je erfolgreicher du wirst, umso mehr wirst du bekämpft. Ich sehe das ja übrigens auch immer wieder, das ist auch immer so ganz lustig, dass halt einfach, ich sag mal, wenn Leute auf der Bühne stehen, bei irgendwelchen Veranstaltungen, Speaker-Events und so weiter und so fort. Ich will das jetzt gar nicht bewerten, aufwerten oder abwerten, aber es sind immer die gleichen. Es sind immer die gleichen, nur es wird auch immer das gleiche erzählt und es wird auch immer die gleiche, immer der gleiche Frame gesetzt. Ich habe dazu einen geilen Spruch. Ich lese den mal kurz vor, okay? Ist auf Englisch, ich übersetze den dann auch für die Leute, die kein Englisch können. Das ist für dich zum Beispiel. Nein. Das stimmt ja nicht. Also komm, ich bin ja auf ganz hohem Niveau. Sprachenkönig. If you want to beat your competitors, start by doing the work none of them are willing to do. Also wenn du deine Konkurrenz sozusagen bekämpfen möchtest, dann starte mal damit, die Arbeit zu machen, die dir nicht bereit sind zu tun. Das ist genau der Punkt, ja. Bedeutet konkret, also es ist ja so, es ist eigentlich so einfach, wenn man sich darüber mal Gedanken macht. Absolut. Ja, also die Dinge zu tun, die keinen, und jetzt ist ja der Punkt, und das ist ja wirklich so, die Maklerbranche ist sowas von eine dankbare Branche, um als jemand, der aus persönlicher Überzeugung arbeitet, und natürlich kann man auch zu einem gewissen Grad die Motivation haben, Geld zu verdienen. Das ist vollkommen in Ordnung. Jeder braucht Geld. Viele finden Geld gut. So ist vollkommen okay. Ohne Geld ist das Leben auch scheiße. Wir wollen ja cooles Zeug machen. Da habe ich noch einen Spruch zum Thema Geld. You can tell how poor someone is by the number of people they blame when things go wrong. The higher the number, the lower their bank account. Also heißt, du kannst da erkennen, wie arm einer ist bei der Anzahl an Leuten, die quasi dafür verantwortlich machen, wenn Sachen nicht funktionieren. Absolut. Und umgedreht ist es genauso. Das Bankkonto, dein Bankkonto spiegelt die Anzahl deiner wertvollen Ergebnisse, Produkte, die du geliefert hast. Richtig, bedeutet... Wenn du Bullshit lieferst, hast du auch auf Dauer ein leeres Konto. Das ist ganz einfach. Da fängt es ja schon an. Die Leute wundern sich ja, warum sie kein Geld verdienen und sind aber genau die, die eben nicht mal wissen, wie kommen sie denn überhaupt ans nächste Objekt. Die wissen nicht mal, wie verkaufe ich denn wirklich das Objekt. Wie schaffe ich es denn nachhaltig immer? Und zwar, ich betone immer, ohne Ausnahme, jeden Eigentümern von realistischen Werten zu überzeugen. Exakt. Und so weiter und so fort. Also das sind ja mal die absoluten Fundamentals, die absoluten Basics, die ein Immobilienmakler können muss, wenn du in dieser Branche sein möchtest. Und es ist übrigens ganz egal, woher der Kunde bei uns kommt. Es ist völlig egal, von welchem anderen Coach er kommt, aus welcher anderen Firma er kommt. Und wir müssen erstmal tatsächlich hier oben im Mind, ich sag immer, ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber der Punkt ist, in den häufigsten Fällen liegt ein Mindset-Bandscheibenvorfall vor. 100 Prozent. Aber das Gute ist, weil das so ist, kann man es auch schnell lösen. Weil wenn man das, wenn man einmal verstanden hat, wie das alles zusammenhängt und quasi der Ursprung des Problems gefunden ist, gelöst ist, dann funktionieren die Sachen ja automatisch alle einfacher und besser. Aber jetzt musst du mir mal eine Sache kurz verraten. Wie kommt das denn dann, dass wenn wir jetzt über so ein Thema Werte, Moral, und ich hab heute noch im Live-Call gesagt, ich sag, pass mal auf, wenn du deine Werte, deine Ethik steigerst, wird dein Erfolg sich unermesslich steigern. Um ein Vielfaches. Weil je ehrlicher, je gerader du arbeitest, umso mehr Erfolg wirst du auch haben. 100 Prozent. Natürlich holst du auch immer ein paar Ratten hervor, ist ganz klar. Aber das ist halt einfach das Ding. Also je exakter, je professioneller, je kompetenter du arbeitest, das sind alles die Dinge, dein Erfolg steigert um ein Vielfaches. So, jetzt hab ich vielleicht ein kleines Missverständnis, da müssen wir jetzt mal gerade helfen. Wirklich, ist das Ding, guck mal, wenn, das ist wirklich krass, das, ja, ich mach das. Jetzt erklär mir mal, wenn 80 Prozent Pfeifen sind, also nicht gut arbeiten als Makler, wie kann das denn sein, dass die es alle machen? Ja, das ist ja wirklich ein lustiges Phänomen, ja. Das ist ein Phänomen. Das haben wir ja ganz, ganz oft in unseren Calls. Zum Glück sind wir vertrieblich so gut, dass wir es schaffen, den Leuten dann schon auch aufzuzeigen, warum es nicht funktioniert. Zu helfen. Genau, zu helfen, warum es nicht funktioniert. Also wir zeigen ja den Leuten dann auch auf, warum es nicht funktioniert. Aber, also ich sag's mal so, es ist Selbstschutz, okay? Okay, es ist Selbstschutz, erstmal zu sagen, ich kann das. Weil die Wahrheit tut halt weh. Man muss halt einfach verstehen, dass, wenn man mit absoluten Experten zusammenarbeitet, ein Experte entlarvt einen, ohne dass du reden musst. Ich sehe. Das sollte man eigentlich wissen, ne? Das sollte man wissen. Also man kann mir und meinem Team und wem auch immer nicht erzählen, dass man das schon kann. Weil eine Frage und dann musst du das widerrufen, was du gesagt hast. Weil es, also es ist ja einfach zu erkennen. Und wenn eine Person sagt, sie kann alles, dann gibt's zwei Gründe. Oder nicht zwei Gründe, sondern zwei Möglichkeiten. Entweder sie kann überhaupt nichts. Oder sie hat wirklich Know-how, ist aber einfach faul und setzt nichts um. Also hat noch nichts in die Praxis gebracht. Oder ist halt ein Theoretiker. Also in der Theorie, alles so angelesenes Wissen, haben wir auch schon mal Erfahrungen mitgemacht. Ja, ist ein wandelnder Duden. Ja, kannst jede Frage stellen. Alles angelesen, kann dir auch jede Frage beantworten. Wenn es aber darum geht, Dinge in der Praxis zu tun. Macht sie es anders. Nee, funktioniert. Also sie kann es nicht umsetzen. Das hat aber noch einen weiteren und das ist so das Fundament der ganzen Sache, ohne das jetzt beiseite zu schieben, was du sagst, ist einfach das Ding ist, dass viel zu viele Leute einfach Dinge gar nicht erst verstehen wirklich. Sie glauben es verstanden zu haben, aber sie tun es nicht. Weil das Ding ist, wenn man etwas nicht verstanden hat, das ist ein ganz einfaches, simples Beispiel, dann ist man zum Beispiel, nehmen wir mal das Thema telefonische Akquise. Also unabhängig jetzt der Tatsache, ob das jetzt erlaubt ist oder nicht erlaubt ist, einfach mal mit einem fremden Menschen telefonieren. Okay, so. Das kann ja genauso gut ein Steuerberater, Multiplikator, was auch immer sein. Mit einem fremden Menschen telefonieren. So. Und dann kommt das, ja, brauche ich nicht, habe ich nicht nötig, nee, will ich nicht und so weiter. Und da weißt du ganz genau, die Person, die hat es auch noch nicht mal verstanden. Es geht noch nicht mal ums Können, sondern das Ding ist immer, der Zyklus ist immer derselbe. Wissen, Verstehen, Umsetzen. Wer Wissen aufsaugt, aber nicht versteht, kann niemals umsetzen. 100 Prozent. 100, ja, 100 Prozent. Jetzt bei dem Beispiel mit dem Thema, da ist ja noch ein anderer Punkt, dass man immer Gründe dafür sucht, warum man selber keinen Erfolg hat. Also so, ne, quasi sagen, ja, ich habe das nicht nötig, das zu machen oder diese Anrufe zu tätigen, ist ja auch einfach in der Form eine Art, eine andere Form von zu sagen, ich weiß eigentlich nicht, wie ich das machen soll. Weißt du, wie ich meine? Ja, klar. Also einfach einen Grund zu suchen, warum man selber es nicht hinbekommt. Und da wieder, wir wollen zum Ursprung nochmal zurückkommen, das Ding ist halt, auch wenn du eben anfängst und du warst jetzt zum Beispiel auf einer Fortbildung oder einer Ausbildung, die da heißt geprüfter Immobilienmakler und du hast da gesessen und hast dir zwei, drei, vier Wochen lang irgendwelche Dinge reindröseln lassen, wie zum Beispiel Provisionssicherung. Ich frage mich, was brauche ich zwei oder wie viele Wochen oder wie viele Stunden, mich mit Provisionssicherung zu beschäftigen, wenn ich einen genialen Job mache, wenn ich einen perfekten Austausch liefere bei einem Kunden, also die Immobilie verkaufe vom anderen Stern, frage ich mich, wieso muss ich mich dann über Provisionssicherung unterhalten? Der Kunde wird mir die Bude einrennen und mir sozusagen seine Kreditkarte höchstpersönlich vorbeibringen, damit er die schnell durchs Gerät ziehen kann und mir die Provision bezahlt oder überweisen. Das ist ja auch, und da schließe ich jetzt den Kreis, weil das passt perfekt, das ist ja auch genau das, wo du eben zu mir die Frage gestellt hast, wie würde ich jetzt reagieren, wenn du jetzt zu mir sagst, was hast du nochmal gesagt, ganz am Anfang? Du kannst das nicht, beziehungsweise ich traue dir das nicht zu. Ich traue dir das nicht zu. Ich habe ja am vorletztes Wochenende, habe ich ja auch bei unserem Event darüber geredet, du und deine Brand, deine Company muss einfach so sexy sein, dass die Leute sich dumm fühlen, Nein zu sagen. Das ist eigentlich das gleiche Prinzip wie bei Provisionssicherung. Wenn du einen geilen Job machst, wird dieses Problem gar nicht erst entstehen. Das ist der Punkt. Wenn deine Brand so genial aufgebaut wird, werden die Leute dich nicht herausfordern im Einkauf. Die werden nicht sagen, ja, aber der andere Makler, bla bla bla. Wenn du es richtig machst, so wie wir es unseren Kunden zeigen und beibringen, inklusive Prozesse, Strukturen, Abläufe und so weiter, werden diese Einwände mal vorkommen, aber das sind Ausnahmen. Und selbst dann weißt du in diesen Situationen, wie du vorgehen musst, um diese Sachen zu entkräften. Aber das bleibt eine Ausnahme, aber eben nicht der Normalfall. Und das Schöne ist, und das kann ich hier wirklich guten Gewissens sagen, ich habe noch niemanden kennengelernt, der exakt das umgesetzt hat, also unsere Methode umgesetzt hat und dabei keinen Erfolg hatte. Den gibt es nicht. Ich habe auch noch niemanden kennengelernt und da würde ich sogar, da würde ich alles für ins Feuer legen. Ich habe auch noch niemanden kennengelernt, der Kunde bei uns ist, das, was wir mit den Kunden machen, umgesetzt hat, der das Investment, was er investiert hat, nicht doppelt und dreifach zurückbekommen hat. Doppelt und dreifach, zehnfach, mindestens 15, 20-fach. So, und jetzt würden natürlich die Zuschauer, die jetzt nicht bei uns Kunde sind, können das vielleicht nicht nachvollziehen. Deswegen werdet einfach Kunde, ist der einfachste Weg, dann haben wir es eh vom Tisch. Aber das sind keine komischen Aussagen, die wir treffen, das sind Fakten. Punkt, Ausende. Genau, aber hier, ich will nochmal, also Personal Brand heißt Werte. Also im Endeffekt, ich glaube, die stärkste Eigenschaft einer Brand ist, dass die Leute, also die Kunden da draußen oder Interessenten sehen, auf denen kann man sich verlassen. Und das kannst du ja ganz einfach beweisen, durch Ergebnisse, durch Kundenergebnisse. Und wer, und ich sehe das gerade so im Online-Marketing-Bereich und so weiter, ja, bei uns kannst du jeden unserer Kunden anrufen. Ja, Kunden waren im Coaching, haben es umgesetzt, haben dann für sich entschieden, sie machen weiter, werden erfolgreich, alles fein, ja. Ja, der Punkt ist, du kannst jeden anrufen. Und keiner, wenn er ehrlich ist, keiner kann sagen, das funktioniert nicht. Also, das heißt, der, der es umsetzt, kann nicht anders, als erfolgreich zu werden, die wichtigste Voraussetzung ist die Umsetzung. Und weißt du auch warum? Weil wir uns unserer Pflicht bewusst sind und weil wir das aus Überzeugung machen. Genau, exakt, absolut. Und weil ich selber halt alles umgesetzt habe und du genauso. Aber noch eine Sache, die mir besonders wichtig ist. Auch ein Brand ist ja dynamisch. Der Staat ist dynamisch. Also, es verändert sich ja auch irgendwo alles. Aber das Wichtigste ist, und ich sage das nochmal, du musst als Person für etwas stehen und dich nicht verbiegen zu lassen. Ja, ich lasse mich nicht vor die Karre spannen, nur um auf irgendeiner Bühne zu stehen, vor irgendwelchen Leuten zu sprechen, um dadurch zwei Kunden mehr zu kriegen. Mache ich nicht. Werde ich nicht machen. Habe ich noch nie gemacht und werde ich auch nie machen. So, der Punkt ist, die Frage, die man sich mal stellen muss, wer sind denn die Speaker? Oder wer sind denn die Leute, die da stehen? Sind das die Besten oder sind das irgendwelche, die irgendwas erzählen? Funktioniert das? Fragezeichen. Und genauso ist es als Makler auch. Ja, das heißt, beauftragt der Kunde den besten Makler. Und das ist das Ding. Die meisten Kunden wissen ja gar nicht, woran können sie den besten Makler erkennen. Und deshalb ist es wichtig, dass sie dich da draußen kennenlernen unter der Voraussetzung, du nutzt das beste System, was es auf dem Markt gibt, um den Leuten da draußen zu beweisen, dass du die oder der Beste bist. Und da sind wir bei einem ganz entscheidenden Punkt. Ist, ob das Personal Brand ist, ob das Verkäuferakquise, ob das Einkauf, ob das Verkauf ist, unternehmerisches Know-how, Finanzwissen, whatever you want für den Aufbau deiner Company. Und das ist eine Sache, die wird sich nicht verändern. Wissen ist nicht etwas, was nur über eine bestimmte Periode notwendig ist. Wissen, sich anzueignen und am besten dann auch noch das richtige Wissen, ist eine dynamische Sache, die immer, und zwar lebenslang, funktioniert. Deshalb braucht man sich gar nicht mit der Ausrede kommen, ja, das weiß ich ja schon. Oder das Business läuft gut, oder? Wissen heißt nicht verstehen, verstehen heißt nicht können, um das auch nochmal ganz klar zu sagen. Also, du musst dir so oder so Gedanken darüber machen, mit wem arbeitest du zusammen, von wem lässt du dir was beibringen, wie kannst du dein eigenes Business starten oder optimieren und verbessern. Du kommst nicht dran vorbei, weil du läufst früher oder später einfach in diese Falle hinein. Und deshalb ist es wirklich eine Zeit. Auch die Leute, die schon siebenstellig machen, ne? Klar, natürlich. Nur weil man keine... Selbst wenn man achtstellig oder neunstellig machen würde, spielt keine Rolle. Es geht ja gar nicht darum, dass man immer Probleme haben muss, so akute Probleme, so nach dem Motto, ey, ich kann meine Miete nicht zahlen, nur dann macht es Sinn, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das ist ja auch total behämmert. Genau. Also, ich würde sagen... Das Thema Weiterentwicklung ist halt ganz persönlich immer wieder wichtig. Und ich sage es nochmal, Werte, Werte, Werte und die müssen nach außen kommuniziert werden. Und last but not least, der Kunde und die Kunden, vor allen Dingen die Kaufinteressenten, aber auch der Verkäufer, muss verstehen, was ist deine Dienstleistung. Und wenn er die Dienstleistung nicht versteht, dann mach das auch nicht. Und am Ende des Tages, die Dienstleistung muss sichtbar sein. Yes, sir. Deshalb ist Verkaufen im Underground nicht erlaubt. Das kann man mal machen vielleicht, ja, aber im Prinzip ist es nicht erlaubt. Verkauf, Immobilienverkauf muss sichtbar sein, weil dann dreht sich auch, wenn die sichtbare Leistung outstanding, wirklich top ist, dann dreht sich auch das Image der Immobilienmakler. In diesem Sinne, ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.